So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr da reinschaut. Heute gibt es hier ein Grusel-Special. Huch, warum sieht meine Hand so komisch aus? Achso, weil es ein Gimick ist. Aber mit dem kann man toll hier in der Nase bohren. Das ist herrlich. Ein Träumchen. So, ausmachen und uns dem Magazin hier widmen. Das hier ist keine Wundertüte, nein, es ist tatsächlich nur ein Grusel-Spezial und zwar von Five. Und hier oben steht schauriges Magazin für fürchterlichen Spaß. Mit einem fiesen Fingertentakel und einer Lego-Batman-Sammelkarte und zwar Harley Quinn. So sieht es aus. Hier haben wir fünf spukige Poster drin. Wir haben hier Geisterwissen, Grusel-Rekorde. Wir haben Leuchtkürbis selbst gemacht. Der ist herrlich scary. Guckt euch den an. Klasse, oder? Und hier haben wir die Nummer 1 für 3,99 Euro in Deutschland. Das kriegt ihr gerade überall, wo es Zeitschriften gibt. Meistens an der Kasse. Da stehen teilweise so extra Aufsteller mit verschiedenen Magazinen drin. Auch so Magazine mit so Autos zum Sammeln und Toten Teufel. Und da ist auch eben dieses Grusel-Spezial mit drin. Ziemlich dicke Tüte. Und ja, das schauen wir uns heute hier mal an. Denn Halloween nähert sich in großen Schritten. Darum passt es sich jetzt ganz einfach. Und ich finde es immer Gag. Ich bin vor allem auf die Fingertentakel gespannt. Es sind wahrscheinlich nur so dünne Plastikteile, zum auch die Finger draufstecken. Wir schauen es uns an. So, okay. Dann haben wir hier das Magazin und unsere Beigaben. Jawohl, ist es schon leer? Ja. Also wie schon gesagt, keine Wundertüte, sondern ein Halloween-Spezial. Hier haben wir die Karte. Schauen wir uns gleich an. Hier sind die Fingertentakel. Gehört zu Hotel Transsilvaniens. Sehr schön. Vier Stück. Keine fünf, nur vier Stück. Daher wie auch immer, Lovecraft-Fans werden sich freuen. Und hier das Magazin. Ihr wisst, ich kann es euch nicht komplett zeigen. Aber ein paar Seiten können wir uns angucken. Hier haben wir Hotel Transsilvanien. Wir haben hier Monster AG Harlequin in einer limitierten Edition. Lasst uns hier wenigstens ein paar Seiten angucken. Hier das Inhaltsverzeichnis. Achtung, nicht erschrecken. Dieses Five-Spezialmagazin nimmt dich mit auf eine Reise durch die Welt des wunderbar Unheimlichen. Du bekommst Tipps für einen super gruseligen Abend, unheimliches Spukwissen und lernst nette Ungeheuer kennen. Mit unseren zwei schaurigen Extras. Wir haben hier drin Gruselrekorde, Schreie, verfluchte Puppen und Klopapier-Mumien. Was ist Halloween? Alles über den Abend vor Allerheiligen. Die fünf coolsten Gruselfilme. Aha, Vampire, Zombies und Geisterhund. Wie fängt man Gespenster? Warum muss man die eigentlich immer fangen? Kann man das jemand sagen? Fünf fiese Geisterbahnen und Spuk unterm Riesenrad, fünf Gänsehaut-Poster, teuflisch leckere Snacks, fünf unheimliche Gruselorte, Halloween-Kürbis. Ein Wesenstest. Welches Monster wäre dein bester Kumpel? Mach ich. Mach ich definitiv. Okay. Na, was haben wir hier alles drin? Wir haben hier schon mal die grausligen Rekorde. Ja, die Insel des Schreckens. Das ist das, wo überall die Puppen rumhängen. Ja, das kennt man. Das ist extrem creepy, Leute. Ja. Und so weiter und so fort. Dann, was haben wir hier? Das Höchste der Gruselgefühle. Hier haben wir ein paar Filme. Frankenweenie von Tim Burton. Kennt ihr den? Paranormen. Sehr gut. Hat mir gut gefallen. Der kleine Vampir habe ich nicht gesehen. Hotel Transylvanien. Der erste Film. Super. Der dritte. Vergesst es. Die Addams Family. Wenn ich ihn gesehen habe, dann habe ich den schon wieder vergessen. Das heißt nichts Gutes. Aber ich glaube nicht, dass ich den schon gesehen habe, denn hier steht 2019. Also werde ich mir den auf jeden Fall reinpfeifen, wenn er kommt. So, dann blätter ich mal vor zu den Postern. Oh, hier ist auch eine creepy Geisterfamilie. Oder sagen wir, besser Mumien, ne? Sehr cool. Also, die ganzen Poster mache ich mal hier kurz raus. Hier haben wir ein kleines Poster mit der Addams Family. Das sieht doch cool aus. Super. Ne, den habe ich noch nicht gesehen. Ne, ne, wüsste ich. Die Figuren sind so abgedreht. Ich kenne nur die alten Filme. Die schwarz-weißen und die farbigen Kinofilme. Dann haben wir hier der kleine Vampir. Habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, das ist nicht wirklich mein Thema. Aber ich hatte mal einen Azubi. Der hat genauso ausgesehen. Das war noch in den 80er Jahren, Leute. Das ist schon ein Weichen her. So, dann haben wir hier als nächstes, ja sehr schön, Paranormal als Poster. Das war, der war gut, der war klasse. Ziemlich creepy geschalten, wie ihr hier seht. Hammer. Dann haben wir hier noch Frankenweenie. Da spielt dieser goldige Hund mit. Naja, goldig, ne? Immer relativ. Und ihmchen. Sehr cool. Ist tatsächlich auch ein schwarz-weiß Film, ne? Also nicht wundern, dass das Poster ja schwarz-weiß ist. Und wir haben ja den dritten Teil von Hotel Transsilvanien. Oh Mann, ich mag die Charakter. Aber der dritte Teil war wirklich nicht gut. Schade. Echt schade. Das Kreuzfahrschiff und die Tante, die ist hier gar nicht mit drauf, ne? Die ihn quasi verführt. Die hat den ganzen Film irgendwie für mich komplett ruiniert. Naja, schade. Obwohl ich die Charakter wirklich echt total mag, ne? Also, gut. Das dazu. Auf jeden Fall coole Poster. Dann kommen wir mal hier zu dem Test hier. Ne? Unterwegs mit Gespenst, Vampir und Co. Welches wäre dein bester Monsterkumpel? Ach, du liebe Zeit, sind das viele Fragen. Boah, der Hammer. Was? Ungeheuer Geister und Gruselgestalten werden oft ziemlich missverstanden. Dabei sind sie echt lässige Gefährten. Ob Streichespieler, elegante Begleiter oder pelziger Freund. In diesem Five-Test erfährst du, welches Wesen am besten zu dir passt. Da bin ich mal gespannt. Wisst ihr was? Das sind so viele Fragen. Ich mache das mal kurz für mich und ich sage euch dann die Auswertung. Sonst wird das Video viel zu lang. So, ich habe jetzt alle Fragen durchgelesen und für mich beantwortet. Und ich darf euch sagen, Symbole mit Blitz hatte ich dreimal. Den Geist hatte ich einmal. Und den Wolf hatte ich tatsächlich achtmal. Also, mein Begleiter wäre ein Wehrwolf. Das wundert mich jetzt relativ wenig. Denn wenn ich irgendwas davon sein wollte, dann am ehesten Wehrwolf. Ja, ich meine, guckst dir doch an, Haare ohne Ende. So, und bei Wehrwolf steht dickköpfig etwas aufbrausend und wild ist der Wehrwolf. Wie wunderbar, dass er zu dir passt. Ihr tobt gemeinsam durch die Städte und Wälder und kümmert euch vor allem darum, dass ihr Spaß habt. Dabei vergesst ihr die eine oder andere Pflicht oder Aufgabe. Aber manchmal muss man einfach auf sein Bauchgefühl hören. So, ein überflüssiger Test. Mehr, ihr wisst Bescheid. So, damit schließen wir dieses Magazin. Eine Vorschau gibt es nicht. Und wir schauen uns jetzt mal die Extras an. Da haben wir diese, wie schreiben sie, Limited Edition. Ja, finde ich immer klasse, wenn das Limited Edition heißt. Denn guckt einfach auf die Auflage, was die Magazine haben. Und ob ihr dann immer noch sagt, ja, das ist Limited, das obliegt eurer Entscheidung. Wir haben hier Hallecken. Und hier sind ihre Werte. Das ist Stärke 79 oder Kraft. Und hier haben wir noch eine Faust. Keine Ahnung, 69. Was auch immer hier 100 bedeutet. Und ja, Schutzschild, 94. Verteidigung, keine Ahnung. Auf jeden Fall glitzert das Ganze schön. Ja, schöne, bunte Karte. Und nur damit ihr mal seht, was ich von der Wertigkeit von solchen Karten halte. Tschüss. 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 Karte. Gummi. Hier seht ihr auch die Tentakel unten Kohl. Ja, und von der Logik her müsste eigentlich die Tentakel unten sein und nicht oben. Ja, Oktopus. Aber wenn ihr sie so rumdreht, dann könnt ihr so gesehen mit den Fingern auch was greifen. Aber da wir hier ein Gummi-Material haben, hat es schon ein bisschen Grip. Mal gucken, ob ich das überhaupt über meine Finger alle drüber kriege. Oh, da wird es eng. Kann hier noch. Jawohl, also auf jeden Fall, die Tentakels halten an der Hand. Und ihr könnt hier auch das Heft vom Tisch ziehen. Das ist auf jeden Fall drin. Wenn ihr es so rummacht, habt ihr wie so ein Rechen. Aber es geht mit beiden Seiten. Überhaupt kein Problem. So, ja, witzig, ne? Tentakelfinger, könnt ihr ein bisschen Spaß mit haben. Total harmlos. Es hält auch gut an den Fingern. Ja, überhaupt kein Thema. Kann ich hier zittern, wackeln, laufen. Das sieht gut aus. Ist ein witziges Gimmick. Ganz einfach, aber kann man ein bisschen Spaß mit haben. Und vor allem tut es niemandem weh. Das Ding ist aus Gummi. Ja, knickt sofort ein, wenn ihr irgendwo dagegen kommt. Überhaupt kein Problem. Also, witzig, eure Fingerkuppen fangen nur relativ schnell an zu schwitzen. Weil es halt dichtes Gummi ist, ne? Von dem her. Okay, ja, also das dazu. Passt übrigens zu unserer Moräne, die wir letztes Mal ausgepackt haben. Seht ihr das? Die ist hier super gut getammt dazwischen. Zwischen den Tentakelfingern. Die neongrüne Moräne. Ja, krass. Wunderbar. Okay, also mehr gibt es da echt nicht dazu zu sagen. Die Harlekin-Karte und diese Tentakelfinger. Das war's. Und dieses Magazin, dieses Heft findet ihr, wie schon gesagt, momentan überall, wo es Zeitschriften gibt. Denkt dran, ist eingepackt in diese riesengroße Folie. Keine Wundertüte, sondern einfach ein Special. Eine Spezialausgabe zu Halloween. Das Five Grusel-Spezial. Die Nummer 1 für 3,99. Wie die normalen Zeitschriften auch. Also, wenn ihr Spaß an sowas habt und ein paar Gruselfakten haben wollt, plus Test, dann könnt ihr hier nichts falsch machen. Gut, dann würde ich sagen, war es das dazu, Leutchen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage, ciao, tschüsschen, winke, winke, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi-Gang. Euer Rupi-Gang.